Hallo Hallo Früh... Ja, grüß grad zurück. Jetzt habe ich mich verhaspelt. Gut, dann holen wir den Spieß. Wieder. Ich hätte zwar gern den Teleskop laden, den einfachen um 72 Riesen. Aber ich glaube, das ist nicht das Problem. Ich glaube, es ist wirklich am Verladewerkzeug geschuldet, was hier doof ist. Okay. Ja, das wird auch nicht besser. Ich täte jetzt kurz warten, weil unser neuer Hofmitarbeiter macht grad sein Radius. Nein, der war schon drinnen. War er schon drinnen? Und die steht schon am Park. Landhandel, die Einfahrt. Ach so, war er schon drinnen. Ja, schade. Was hast du schon geschaut? Aber er kann interessant mit dem Waltra werden. Auf jeden Fall. Ich komme ja nicht einmal neben den Tisch. Ja. Ja, ganz normalen Ballenspieße. Er ist... Probier mal mit den normalen Ballenspießen. Wie soll der am besten sein? Wie, ich tue mir mit den Ballenspießen auch einfach. Wenn ich ehrlich bin. Das war ja nur das Problem, weil es ist nicht viel... Eine rutscht quasi. Und die eine rutschen, dann sehe ich da überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht. I don't know. Was ist ein Problem, Boss? Jetzt bin ich voll. Schau mal. Schau mal, es sind wie ein Traktor fahren. Mhm. Meine Frau bringt mir was zu messen. Nein, es ist kein Traktor. Es ist ein Tedeskopplan, das hast du richtig erkannt. Kann ich nicht begeistern dafür. Noch nicht? Ja, meine Frau kann ich nicht begeistern dafür. Wie lange spielst du das Spiel jetzt schon? Wie viele tausend Stunden sind alle zusammen? Ja. Ja. Das stimmt ja. Nein, es gibt trotzdem Dinge. Also wenn das bis jetzt nicht geklappt hat, dann ist es richtig. Die kann man nicht beeinflussen. Ist so. Aber ja. Muss ja nicht. Wenn wir heute in Linz shoppen. Das funktioniert schon wieder mal so, wie ich will. Es gibt ja eine... Linz beginnst. In Linz shoppen. Es war strange eigentlich. Da hätte es theoretisch... Ah, ich glaube vielleicht... Warte mal. Muss ich jetzt mal meine Theorie untermauern? Ähm. Theoretisch hätte es dann Barbershop gegeben. Praktisch habe ich den nicht gefunden. Und sonst hat es nichts interessantes gegeben. In der Blue City. Wo ich sage, okay, das hat mich gereizt. Wir waren im... Im... Im Haribo-Shop. Aber das ist ja da nur 5 Minuten interessant. War nicht so. Ah, ich sag das. Das ist nicht meins. Gib... Gib die Gabe ein Stück weiter runter. Wenn du den zweiten Ball aufnehmen willst. Ah ja. Vielleicht hatten wir jetzt noch ihn noch. Das passende Werkzeug für den lieben Carbon. Ich meine, die sehen es ja jetzt, woran er scheitert. Puh. Ja, brauchst aber... Brauchst aber... Brauchst aber vermutlich wieder einen Mod. Und die... Wir haben ja letztens kürzlich schon diskutiert. Die Feedback haben schon genug Mods. Nein. 100... 25 Mods brauchen für jedes Ding eins. Genau. Ja, wir sagen mal bei so Geschichten, wo man ja wirklich... Probleme mit hat. Ja, stimmt schon. Wenn es eine Problemlösung gibt, so... Warum dann die nicht haben oder nutzen wollen? Naja. Dann... Dann muss ich sagen... Also wenn es wirklich um so Gabeln-Mods und Co. geht... Das VCR-Mod-Paket. Da ist wirklich sämtliche Gabeln für jeden Anlass dabei. Also von Gabeln über Schaufeln über alles Mögliche. Ja, aber wenn ich jetzt theoretisch daran scheitere, weil ich nicht den richtigen Winkel benutze, dann ändert der Mod wahrscheinlich auch genau gar nichts. Dann ist wieder was anderes, ja. Ja, eben. Ja, ja. Geräte haben wir ja theoretisch, die das machen, aber irgendwas... Irgendwas möchte so nicht... Du meinst wie jetzt da zum Beispiel, dass der Ball nicht nach hinten rutscht? Ja, genau. Genau. Und das ist wegen einer Winkel-Geschichte. Aha. Weil sie die Ballen sozusagen... Das ist das kleine Schummele von der Giants-Engine. Ich... 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 Ich möchte nicht mehr Ballen laden. Das ist... Okay, warte. Aber furchtbar nervig. Gerade. Ich mach aber da einen Screenshot, weil es schaut gerade gut aus. Also ich hätte da noch eine Hälfte, ein halbes Feld übrig. Ja, nein. Ich nimmer. Mir... Das taugt mir gerade gar nicht. Nein, zum Dreschen nicht, zum Marmeladen. Achso. Ja, das sind auch jetzt die Rückseite und die Ballen. Ja, da liegen die Vorderen schon nicht gut drauf, nicht? Wenn wir nicht lost sind, wir laden die immer ab, aber... Ja, das ist glaube ich nicht, dass das gut geht, aber... Also ich muss passen, mit dem Valtra wird das hier glaube ich nix. Ich komm nicht mehr durch das Tor. Hier vorne am Eingang durch das Tor. Ja, du darfst ja nicht vorne durch, ich muss hinten rein. Ja. Ja. Nicht vorne mitgekommen. Genau, der Raum habe ich... Der Raum habe ich ja gemeint. Das wird sich interessant finden. Jetzt, jetzt bin ich drin. So. Ich glaube vorne reinkam, bis da hat immer noch keiner einziger unseren Tag vorhin. Außer der Täter, du würdest es schaffen, aber... So, bin drin und derzeit noch hier in die Einfahrt hoch. Das wird jetzt... Deswegen sagte ich ja, eigentlich schöner geht das mit dem Klaas, aber also... Auch von hinten geht das schöner mit dem Klaas. Oder mit dem Fend. Ne, mit dem Klaas, weil der hat wenigstens die Leistung, die Hänger da drüber zu zerren. Ist das voll? Ne, ne. Alles ok. Fast 70%. Ach du stehst auf der Seite. Ach, das steht mir da. Ich denke mir gerade, ich sitze aber weit außen. Ach, das ist aber cool. Ach, das ist aber cool. Ist das aber cool. Ist das aber cool. Ist das cool. Oh, Lul. Du kannst auch verschiedene... Das... Wenn es das... Nein. Beifahrer-Skript hast du mehrere Punkte, wo du stehen kannst. Ah, ja. STRG und G. Muss ich drücken. Ah, geil. Ah, jetzt stehe hinten, Alter. Boah. Seitlich und hinten. Boah, das ist ja cool. Oh, ey. Da steht mir. Ah, richtig cool in der Innenperspektive. Ja, okay. Das ist so ein Giants-Mod. Das kann sein, dass das hier halt richtig gut umgesetzt wurde. Also... Okay, ist das ein Giants-Mod. Cool, dass das so umgesetzt wurde. Oh, das muss ich auf TikTok laden, ey. Da wäre sicher... Das ist sicher viral. Das habe ich nicht gewusst. Habt ihr das gewusst, dass man da hinten stehen kann? Ja. Ja. Ist genauso auch bei den Raupenfahrzeuge. Für die Großen. Du kannst nebenan vora sitzen oder du stellst neben der Schnauze oder du sitzt auf der Latter. Aha. Wie es hier fest wird am Glander, das ist ja voll cool. Und wie bist du Frieden mit Ness24, Bernd? Sehr zufrieden. Mhm. Ähm. Okay, holst du den Hänger dann? Oh. Ich wollte da nicht runtergehen mehr. Okay. Dann brauche ich wen anders, wenn wir den Hänger holen. Nein, 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 nein. Oh. 3000 Euro Umweltbewertung Bonus. Sehr schön. Warte, aber du kannst es ganz oben hinstellen. Ich fahre noch rum. Das geht schief, das geht... Umweltbonus. Cool. Wie viel gab es jetzt? 50k? 47, ja. 47 plus den Umweltbonus. Plus 3000 Umweltbonus. Also in Summe 44 die entsprechende Ernte. Also. Und dann die 3000 noch. Und Top als Umweltbonus. Ja, sauber, oder? Vielleicht muss ich den Hänger. Naja, du musst erst... Ich muss erst ein Stück los tanken sonst. Ich bin schon bei 98, sonst geht das gleich in mir in die Hose. Ach so. Ich seh nix. Ich seh, ich seh es nicht. Ah, stopp. Nix beim Schneidwerk. Hier, warte. Warte, ich fahre noch mal an. Oder so. Ja und? Ist mit Lenken cooler Feuer, oder? Auf jeden Fall, aber man merkt, dass da noch ein Gerät fehlt, um das halt perfekt abzurunden. Ja klar. Muss ein Stück rechts, muss ein Stück rechts. Hä? Headtracking und... Ja, Joystick. Nein, nein, einfach Headtracking. Ich glaub der Joystick ist da noch gar nicht mal so... Klar macht's dann halt super... Premium perfekt, aber... 10 kmh und los. Ich seh nicht wie schnell sie fahren. Nur ich muss wirklich sagen, äh... Jetzt das Headtracking, dass du halt einfach... Ein bisschen ein paar Dinge noch einfach an der Steuerung hast. Das wär dann schon noch gut, aber ansonsten... Ist das schon echt... Ja. Ja, aber ich mach's auch die Mischung. Nur Headtracking oder nur Lenkrad wäre... Zu wenig. Ja. Wie viel hast du noch drinnen? Äh... 30. Da hängen überall die Ballen. Und 20. Aber ey, dann bringt das ganze Feld ja... Schätzungsweise 100 bis 150 K. Ich hab' nicht, weil ich die Zufahrt zum Händler blockier. Warte kurz. Feier. Auf geht's. Komm. Er braucht die anderen Spiele. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon sind. Aber, äh... Es bockt so richtig rum. Vor allen Dingen der Euro Truck Simulator, wenn du dann mit dem Lenkrad fährst. Ich hab' noch nie so einfach den verdammten Hänger um einen gefühlten Stahlträger geschoben und 1A gerade in die Lücke reingedonnert. Das ist für mich der absolute Game Changer. Grob am ETS. Also, äh... Und noch nicht mal, äh... Früher, es ging nix ohne Ausperspektive. Ja, doch, äh... Zum späteren Zeit hab' ich's jetzt auch mal geschafft, äh... So mit Kopf aus dem Fenster raus oder sowas. Beide Spiegel einfach an. Du fährst da ganz gemütlich rückwärts. Ja. Das ist Wahnsinn. Ist so. Es war immer cool mitfahren beim Thrasher, aber wenn du da außen stehst, dass du so viel Thrasher-Stab drauf... Das ist... So grad sagen, da hast du... Aber innen drinne war cool, ja. Ja. Aber fährt sich ein Thrasher so für anders als wie ein Auto? Jetzt im Spiel oder in echt? In echt, natürlich. Äh... Na ja, es ist auf jeden Fall größer und durch den Heckauschwung... Nein, nur vom Fahren. Nicht, nicht vom... Vom... Ist klar, dass man... Aber vom Fahren her... Ja, gar nicht, den ist also ein Thrasher. Im Thrasher bin ich noch nie gefahren. Also ich bin mal mitgefahren, ab und an, aber dann meistens auch wenn er schon auf Feldern war, nie übergesetzt. Okay. Aber das kann ich... Ich weiß nicht, ob die anderen dazu was geben können, äh, aber ich... Regaliert. Ne, kein realen landwirtschaftlichen Background bei mir. Leider. Blecky war schon wieder sehr leise. Schon... Schon wieder? Besser? Jetzt ist besser, ja. Okay. Ah, ich hab vorher Hellboy geschaut. Den Call of Darkness, der war echt schlecht. Der erste Hellboy war so cool. Versteht es nicht. Ja, jetzt machen wir... Zufällig. Ist das das Creed? Ja. Äh... Äh... Ich glaub so ne Stunde lang. Also ich bin grade so über die ersten oder die Grundmission hinaus. Du kannst auch noch drauf. Blecky. Steuerung eh, ne? Warte. Mh... Ist Steuerung eh. Wo? Geh mir die Ballen ab? Die Zeit? Möchte nicht. Probier du einmal. Blecky. Na. E drücken, ganz normal. Ach, jetzt halt. Ah, gucken sie. Aha. Stehen wir beide drauf. Das hat schon ein bisschen so... Das Boot-Feelings, ne? Wenn sie am Turm droben stehen. Hahahaha. 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 Im Korn-Tank ist noch Platz. Ja, im Korn-Tank ist noch Platz. Ja, im Korn-Tank ist noch Platz. Ja, noch die Hälfte. Ja, noch die Hälfte. Geh runter da, wir haben's so realistisch und du springst am Drescher. Am Drescher am Drescher am Drescher am Drescher am Drescher am Drescher. Furchtbar. Ehm. 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 Gut, eben. Andere Fahrzeug suchen. Ehm. Wo ist denn der Drescher? Hier ist es Platz, jetzt ist Blecky weg. Also ich sag mal, bis jetzt wärs eigentlich ein ganz schönes Feld gewesen für unsere Größe. Dass der Rest da noch ist, äh, schwierig. Ah, nicht. Da drüben, das ist auch schon erntereif. Vor der Richtung Stadt. Nee, ich glaub das Hafer ist noch nicht, aber kannst da rüberspringen, kannst gucken. Okay. Aber ihr habt ja alles nix zu tun, oder was? Doch, aber erst im nächsten Tag. Wir schauen nicht mehr zu. Bis dann. Tschüss. Ciao.